Liebe Eltern, wir sind die Elternmentoren, die versuchen zwischen den Eltern und den Schulen z.B. oder den Kindergarten eine Brücke zu bilden. Liebe Eltern, die Eltern in Niemczech helfen anderen Eltern, wenn es um Probleme mit der Schule oder mit dem Bildungssystem in Niemczech geht. Kontaktuj Sie uns, Sie können, Sie können, Sie können, Sie können und wir diesen Problemen helfen. Interkulturelle Elternmentoren wollen anderen Eltern helfen, ehrenamtlich und kostenlos. Wir sind die Eltern, wir sind die Eltern, wir sind die Eltern, wir sind die Eltern, die Eltern und die Nutzung. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns mitmacht. Wir freuen uns, dass wir uns mit uns sehen. Wir freuen uns. Vielen Dank. Vielen Dank.